Was Brasilien und New York, glaube ich, irgendwie in die Spur bringt und 2020 trennten sich die Wege dann endgültig. Genau, und dann hatte er ja ein kurzes Internet zur Oberinsel als Manager, als Trainer und hat gerade eine sehr gute WM mit Österreich als Nationaltrainer gespielt, das so die sportlichen Halbsportlosen hergibt. Ja, also ich glaube, den Skandal, den du ansprichst oder den Aufschrei, den es gab, war dann als irgendwie ein gewisses Getränk in einen Landespokal geschüttet wurde. Das ist, glaube ich, nicht bei allen Fanszenen so gut angekommen. Definitiv nicht. Ja, aber gut. Ist dann nun mal so passiert und meine böse Zungen würden sagen, der Pokal ist seitdem ein bisschen...